Benjamin Knorr, Partner Corporate M&A. Jeden Tag mit Hingabe, zusammen mit meinen Kollegen und dem Mandanten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Mein Lieblingscharakterzug ist, dass ich mich selbst nicht so ernst nehme. Die Allianz ist für uns als Anwältinnen und Anwälte eine super Gelegenheit, uns noch mehr zu vernetzen und für unseren Mandanten ein noch breiteres Beratungsspektrum bieten zu können. Meine Familie, allen voran meine Frau und meine beiden Kleinkinder. So viel gibt es ja gar nicht zu ändern, es ist ja alles ganz gut. Ich glaube, ich würde die Digitalisierung unseres Landes angehen und wenn wir die geschafft haben, machen wir alle den Tag frei und fahren an den See.